Schrei mal mit, oder was ist das mit ihr? Wir wollen keinen Artikel 13! Wir wollen keinen Artikel 13! Artikel 13! Artikel 13! Wir sollen auch keine Stimme mehr, denn wir können auf Frieden und unterregeln frei halten! Artikel 13! Artikel 13! Artikel 13! Artikel 14! 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 Artikel 15! die sich nochmal ganz genau überlegen, wie sie am Dienstag abstimmen. Gemeinsam können wir diese Reform stoppen. Dankeschön!